ja liebe leute herzlich zurück zu let's play dirt 4 wir machen weiter mit dem nächsten teil auf jeden fall würde ich sagen und ja der hinhalt 11,35 kilometer ist vor das aber jetzt hier los geht muss ich noch mal ganz kurz was machen und sofort zurück kurzen Vielen Dank. 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 Links 4. Rechts 6. Überpuppung. Aber es ist immer klaut. Links 5. Links 5. Ich hatte es fast geahnt. Ich hatte es fast geahnt. Rechts 4. 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 Rechts 3. Rechts 5. 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 Ich habe wieder mit der Zeit rausgeholt. 21 Sekunden mittlerweile. Sehr gut. Ja. Ja. In rechts 3. Kehre links. In rechts 6. Links 6. Rechts 6. Links 6. Inkehre rechts. In links 3. 60. In rechts 3. Überpuppern. Inkehre links. In rechts 4. Überpuppern. In Ombdekehre rechts. In links 4. 80. Links 4. In rechts 2. Macht Aufnahme. In links 4. Überpuppern. In rechts 5. In rechts 3. Aua. In links 5. In rechts 1. Aua. In links 3. Aua. Also wenn du den Sauberkatz eh kriegst du. Aber ist auch egal. In Ombdekehre links. In rechts 1. In links 6. In rechts 3. Kehre links. In rechts 6. Links 6. In links 6. In rechts 6. Links 6. In Kehre rechts. In links 3. 60. In rechts 3. Da fiel aber nicht mehr zu fahren. Weil auch noch eine WP und dann sind wir durch. In rechts 6. Links 6. Aua. Links 6. Aua. Links 4. In Ombdekehre links. In links 4. Überpuppern. In links 6. In links 6. Rechts 5. In links 3. In links 6. Links 6. Überpuppern. Rechts 4. Links 6. Bis zielen. Bis zielen. Bis zielen. Das war das schönste. Wir haben nur den einen Fehler gehabt, den wir uns da gedreht haben. Am Ende ist jetzt eine Minute Vorsprung. Über eine Minute Vorsprung. Jei. Jee. Perfekt! Super Ergebnis! Gut gemacht! Das war's für heute. Ist auch. Und die nächste hat einfach dieselbe Länge mit 11,42 Kilometern. Also die sind nur 110 Meter kürzer. Also die Zeit dürfte etwa genau so gleich sein. Naja, gucken wir mal. Das haben wir schon geschafft. Also wir haben schon viel geschafft, aber wir sind ja momentan noch ein Erster. Das Auto sieht etwas mitgenommen aus, aber mechanisch ist alles in Ordnung. Ach, was kriegen wir schon hin? So, 8 Minuten 19. Gibt es also 17 Sekunden langsamer. Ja, let's go. Dieser hent. Die Kar where we must farmer's kommen schon wieder Problem. Links 4. Links 6. Links 4. Rechts 6. Rechts 4. Links 1 Durchsenke. Rechts 6. links 3 Durchsenke. 40. Nicht stein. Webrechts 6. Links 6. Webrechts 4. Rechts 3 In links 1 durch senke In rechts 5 In links 3 In rechts 5 Links 6, 60 Rechts 6, in offener Kehren, rechts In links 2, nicht schneiden, 100 Rechts 4, da In offener Kehren, links In links 4, überpuppe In Kehren, rechts In links 3, überpuppe In rechts 6, rechts 4 In offener Kehren, links In rechts 1, lang In links 6 Links 6, in rechts 4, nachmacht zu Und Achtung, links 4, sofort 6 3, überpuppe, enttäuscht Links 6, 60 Rechts 6 Das ist ein bisschen gerade weniger Quatsch, damit ich hier ein bisschen noch fahren kann, weil das gerade ziemlich eng hier auch ist Rechts 6, in links 1, lang Offener Kehren, rechts In links 4, runter 50 Links 4 Rechts 6, überpuppe Rechts 5, in links 3 In weg, rechts 4 In links 6 Links 4 In rechts 2, macht auf, lang In links 4, überpuppe Rechts 1 In links 3, lang Macht auf, macht zu Rechts 6, überpuppe Rechts 6, überpuppe Rechts 4, wegschneiden In links 2, durchsenke In links 1, 80 Rechts 4, überpuppe Rechts 6, in links 4, wegschneiden In rechts 3, überpuppe In rechts 4, durchsenke In links 3, lang Macht auf In rechts 6 Rechts 6 In links 4, wegschneiden In rechts 3 In links 5 In links 5 Rechts 6 In links 4, wegschneiden In rechts 3 In links 5 Links 4, durchsenke In rechts 1, überpuppe Links 3, 60 Rechts 6 Links 6, in Kehren, rechts In links 3, 80 Rechts 6, in links 1 Lang, lang Offene Kehren, rechts In links 4, 80 In links 4, 80 In rechts 3 Kehren, links In rechts 6 Links 6 Links 6, überpuppe Rechts 4 Links 3, überpuppe In rechts 4, durchsenke In rechts 4, durchsenke In links 3, lang Macht auf In rechts 6 Rechts 6 Links 6, in Kehren, rechts In links 3 Rechts 4 In links 1, durchsenke Rechts 6, überpuppe Links 3, durchsenke Links 4, durchsenke In rechts 6, rechts 6 90 Grad rechts In scharf links 60 Rechts 4 In links 6, 100 Links 5, lang In rechts 1 In rechts 1 In 90 Grad links 20, bergabend Links 6, 50 Das ist wieder im Hektreiber Der lässt ein bisschen rutschen Im Zweifel Links 6, überpuppe Rechts 1, durchsenke In links 4 In rechts 3 Kehren, links Zwei kleine Wertesprüfungen noch Links 6 Links 6 Rechts 6 Du bist mir voll, jetzt habe ich eine Minute Fast Vorsprung In links 3, 60 Rechts 4 Rechen schneiden In offene Kehre, links In rechts 1 In links 6 In rechts 3 Kehren, links In rechts 6 Links 6, 80 Links 5 Rechts 5 Links 5 Links 6 In rechts 3 Lang, mach auf, mach zu In links 1 Links 6, überpuppe Rechts 4 Links 6, 50 Rechts 3, durchsenke Links 6, überpuppe Rechts 1, durchsenke In links 4 Rechts 5 Rechts 5 In links 3 In links 4 In links 4 In links 6 Aber mega viel Vorsprung Rechts 5, der Kehre, links Lang, 60 Rechts 6, 80 Links 6, überpuppe Noch keine Züchter, die doch ja BP geholt Links 6, 40 Bis Ziel Aber wir sind nicht Sauber gut durchgekommen Hier Ohne, was es nicht Seine Minute 15 Haben wir in der Vorstellung Wir haben sie sogar in Faschala gewesen Als sie, glaube ich, hier vor Die hatten wir auch 7.5 Das ist sehr gut gelaufen Tolle Wertungsprüfung Gut gemacht Ja, dann haben wir das geschafft Das war der Teil 1 aus Schweden Na, klar Da kann ich noch mal Ich dachte mir, ich bin jetzt wirklich auch sauber gefahren Dafür, dass wir nach der zweiten Wertes Rufen schon die 9 Sekunden hatten Na, sagen wir doch Oder die sauberheiten bekommen 8.300 Qualität überbekommen Reicht halt auch nicht Um aufzusteigen Wir haben nur vier Teile Gut, der nächste Teil Aus Australien Also der erste Von zwei Teilen Aus Australien Den sehen wir morgen Um 14 Uhr Wenn ihr dann dabei seid Bis dahin Und auf Wiedersehen Bei Let's Play Dirk Für Ja